4, 3... Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Counter-Strike Go auf der Map Office, ne? CS Office, die erste Geisel-Map, die wir spielen und wir sind nicht alleine. Ne, wer ist noch dabei? Erstmal der Paul, den kennt er. Er ist ein Urgeschein, fast Urgeschein. Ich hab jetzt eigentlich ein Hallo erwartet von ihm. Dann nicht. Ne, ne. Daniel ist auch da, hallo Daniel. Ja, moin. Darf ich, darf, dürfen wir Daniel sagen oder müssen wir Killerbiene sagen? Ne, alles gut. Also dann tut's mir leid jetzt. Ja, hast du, hast du schon verkackt. Schon zu spät jetzt. Ja, ich geh mehr kein Foto für dich. Und Jeremy ist auch dabei, darf ich, glaub ich, auch sagen, aber der ist leider nicht in der Konfi drin. Genau, wir haben hier mal unsere privaten Freunde mobilisiert, dass wir vielleicht mal ein intelligentes Team haben, dass wir vielleicht gewinnen könnten. Ja, wobei schade, dass wir jetzt nicht mit Jeremy kommunizieren können, aber wir sind schon mal alle unterwegs hier. Aber Jeremy hat definitiv die sexieste Stimme in der Hood. Stimmt. So, hab ein, hab ein, hab ein. Peter Zwegert hat Daniel getotet, Achtung. Peter Zwegert hat ihn direkt in die Privatinsolvenz geführt. Ich geh mal einfach rein hier. Long, zwei Long, steht einer im Gang. Ich hol die Geisel. Ja, tu das. Ah, fuck. Ich dachte, ich stehe weiter bei Long. Das kann doch gar nicht sein. Ich hab den nicht getroffen. Ja, mach dich fertig, Jerry. Ah, fuck, ey. Oh, der hier, der Jeremiah, er ist letzter. Was macht der denn? Wo kann ich sagen? Was war das denn? Naja. Schieß. Illusion. Schieß. Wen denn? Ja, schieß doch einfach. Jetzt holt er die Geisel, das hat er gehört, der andere. Was ein geiler Typ, der hat die Geisel, der hat die Geisel. Boah, es leckt voll. Ja stimmt, er leckt ein bisschen. Ja, schaut euch seinen Finger an. Ja, aber er macht hier ein Legging des Todes. Oh, Moment. Und deswegen wird er nicht getroffen hier. Komm, bitte, Jeremy. Komm mal hier, 8 HP, das ist doch locker für ihn. Was wird das denn? Hier, 1 gegen 1, oder was? Da lag ich übrigens gerade tot. Das macht mir nichts. Jetzt hat er ihn bestimmt richtig verarscht, den anderen. Ha, 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 du Opfer. Jetzt wird er gleich... Alter, was ist das denn? Ja, er leckt so. Oh, mega leck. Das ist der OP-Ping. Okay. Also, du musst in einer Minute draußen sein, Junge. Mache Eier. Schnell, schnell. Na ja, der steht doch eh schon an der Base. Noch eine Minute. Ach, hier, der Paul. Meinst du? Ich glaub, der wartet auf ihn an der Base. Aber der kommt doch von der anderen Seite. Ja, aber das stimmt, der weiß nicht, von welcher Seite er kommt. Richtig. Dann sitzt er mittendrin, so wie du, Chris. Komm, Jeremy, leck dich durch die Merk. Leck dich zum Sieg, da ist er. Oder? Da war er. Ja, da war er. Da war er da. Das hat er auch gehört, dass er von hier kommt. Läuft, geil. Ja, was ein cooler Typ. Endlich mal. Der steht da oben, war der drin. Noch nicht, Leute. Oh, er hat sich versteckt. Ey, guck dir das an, da hast du mal und plötzlich funktioniert's, ne? Ja, ist doch cool. Ich krieg Titten, ey. Jetzt hab ich ne P90 und du bratst die alle weg. Krust du mal schau. Poing. 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 Ich geh wieder hier lang. Ihr geht lang, oder was? Ne. Nein, ich geh mit Schott. Ich geh irgendwo hin. Ich pass innen auf, geh du Fenster. Ja, okay. Ich geh draußen. So, ich hab dir mal ein bisschen erschreckt, hast du gesehen? Ist gesmoked, die sollten nicht hier so... Das ist das Schick, halt. Daniel, Daniel geht. Daniel einfach mit der Pumpe. Ja, aber ich bin hier neben dem Matchwinner Jeremy und der ist oberprofessionell und wartet jetzt. Ist nicht mehr smoked. Ja, doch, ne P90. Im langen Gang sitzt einer. Okay. Mit der Weiner. Hab ihn nochmal erwischt. Jeremy kommt, er schießt und schießt und schießt und schießt. Alter. Er hat zwei weggehauen? Sehr schön, sehr schön. Hat der ne Macke, oder was? Go, go, go. Oh, fuck. Hab ich dich erschlossen? Ich glaube, ich bin... Nein! Weggucken. Hello, ich hab zwei Gegner getötet. Echt? Ich hab den einen nicht mal gesehen. Ah, wie ich den weggebratzt hab! Wie ich ihn weggebratzt hab! Ich hab ihm 99 gegeben. Super, André. Jetzt sind wir Killerspieler. Wir sind Killerspieler. Ich hab ihm 99 gegeben. Kille, Kille. Bob, Bob steht's in der Bildzeitung. Hey, Chris, Chris, lass tauschen, lass tauschen. Na gut. Danke. Bitte. Und alle. Und zackt! Zweite Runde geht auf das Konto von Edition Gaming. Darf man das sagen? Ja, ne? Weiß ich nicht. Ich zieh ihn hier zu null. Ja, wenn wir hier zu null ziehen, ne? Ich mach die richtig nackt. Eigentlich haben wir halt keine Chance, weil wir spielen gegen Peter Zweigert. Der hat alle Zahlen im Blick, ne? Der heißt ja echt Peter Zweigert. Und Ludwig der 14. Den Sonnenkönig. Den Sonnenkönig. Gegen den Gott. Ja. Ich vermute mal, bei den Toiletten ist der Decoy. Ja. Ne. Ich vermute es einfach mal. Ich hatte gerade richtig Angst, dass ich hier... Oh, hier der... Ich geh rein. Alter, wie der Zweigert mich weggezweigert hat. Dieser scheiß Big Power Ranger, Alter. Fick dich. Was ist denn das? Der Zweigert hat seine Kugeln in mich reinberechnet, das glaubst du nicht. Ich hab... Hast du ihm was gegeben, Chris? Weißt du, dass ich halt auf den Traum andrehe? Wir beide... Hier voll die Pros sind erstmal die Letzten. Das ist... Das muss... So muss das, oder? Läuft bei uns. Chris, wie viel hast du ihm gegeben? Gar nicht. Halt dir doch mal die Knauze hier. Nee, er hat mich sofort... Brauch. Ja, und der Daniel ist jetzt gestorben wegen euch. Ja, der konnte nichts hören, das stimmt. Ich hab voll reingelabert, das tut mir wirklich leid. Alter, wir machen hier voll das hektische LP, ne? Ohne Spaß. Ja, ja, das ist voll geil. So, ich hab kein Geld, ich mach Echo. Haben schon alle weggeschaltet. Ich schalte jetzt meinen Ton ein wenig lauter. Loil, der ist schon auf 0 an. Auch alle kaufen hier. Na gut, dann mach ich halt alleine Echo. Ich mach mit Echo, komm. Hier, Löschen Gaming, mach jetzt die Echo. Chris, ich kann dir auch ins Bein schießen, dann machst du halt nichts. Kann ich auch immer ankratzen hier. Ey, war das jetzt in Ernst? Ja. Aller nett gemacht. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Paul kriegt leider kein Foto von uns. Ne, Paul kriegt heute gar kein Foto mehr. Attacke. Ich hab dann auch keine Granat... Oh, oh, Flamme. Ne. Einfach raus. Das hab ich komm. Das war ein Mundfähiger. Aua, aua. Fällt ihn ein. Los, mach das nochmal. Paul, erschieß sie. Los. Bin sauer auf ihn, erschieß ihn. Krieg mal Kommandos von drüben? Daniel, wie sieht's bei dir aus? Ja, hier ist keiner. Ja, also mittlerer Gang ist frei. Weil du herzum bist oder so. Mittlerer Gang läuft bei uns, ne? Ohne Spaß. Von wegen frei, Junge. Jetzt hab ich seine Worte mit der Pumpe. Der steht direkt mit der Pumpe. Ja, ich geh jetzt wieder andersrum. Ich geh jetzt direkt mit der Pumpe. Achtung. Na, was denn gerade Typ? Wow, wow. Da ganz long. Ach, da stehen wir rein. Du, ich bin gebraucht, aber wir sind gebraucht. Das kann doch nicht sein. Ah. Das ist ein bisschen mehr von dir erwartet. Das stimmt, ich auch. Ja, ich auch. Ja, steht da noch. Ich schau dir, ich schau so kurz. Ich hab nur noch 10 Schuss. Ich brauch hier meine Waffe. Oder liegt da noch? Ach, das ist Daniel. Ich war die ganze Zeit vom Freischen. So. Da links doch, Jeremy. Dann pumpen wir mal ein paar Körper auf. Also der gelbe Power Ranger ist echt stark. Kann man ja mal sagen. Ne, der ist scheiße. Ne, ne, der ist echt gut. Der ist scheiße, hab ich gesagt. 27 Sekunden, Daniel. Nein. Alter. Alter. Ja, ich dreh mich gerade um, dann steht er da schon. Das war gerade ein bisschen doof. Ja. 2-2. Macht ihr jetzt alle Eco, oder können wir kaufen? Ja, ich mach jetzt Eco. Ich kauf. Mach ich auch eine Eco? Ne, ich kauf. Hallo? Ja? Ja. Ja, okay. Ich hab jetzt für 5000 gekauft. Hallo. So, ich lauf meine Killerbiene hinterher. Chris, geh mir über ganz long. Ne, ich geh hier. Aua, runtergefallen. Deine hast du das im Blick da? Ja, das war auch vor. Ach, komm, die Exkudier, ich weg da. Die Ficka. Man den Gang hier. Ich finde es übrigens schade, dass man mit dem Empfehlung nur noch 20 Schuss hat schon 30. Hat noch zwei HP. Doch, voll die Diskriminierung, Alter. Stealthway? Ja, gut gemacht. Schönen, den Kegelklaut, Kevin. Oh, oh, steht fünf gegen vier heute. Ludwig ist tot. Fünf gegen drei, so noch zwei HP läuft dann nicht. Daniel ist da drin. Daniel, Daniel ist da drin. 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 Ich hab ihn mit zwei HP weggeholt. Das ist scheinbar. Das ist ein Power-Rage-Rage. Aber André, Vorsicht, da kommt ihr von hinten. Komm schon, Peter. Stich gar nicht drauf. Ja, hinterher, hinterher, von aus der Küche. Hast du Küche? Hast du Küche? Ja. Ja. Hahaha, du Opfer. Komm, 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 komm. Extra-Geld, 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 und, und, und. Ja! Ja! Das ist diese Aufnehmen-Krankheit, glaube ich. Wieso? Achso, ja. Kaum aufnehmen, schon dicke Nase. Schon sechs Punkte nach, äh, fünf Runden. Das ist, äh. Aber gut. Ja. Ich hab fünf Punkte nach sechs Runden. Ja, wir sind halt, wir sind halt die richtigen Pros. Vorsicht, da kommen welche! Einen habe ich, der andere hat mich, Ludwig, der 14. hat mich, er ist draußen im Snow. Ist sie sicher? Einer ist wieder zurückgelaufen. Wurmschnee! 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 Ich hab's wieder zurückgelaufen? Ja, einer ist wieder links zurück. Hast du trotzdem auch, der kann doch da oben links hinter dir stehen? Ach, Chris, das habe ich auch. Das bin ich. Ja, ich hab auch, ich hab auch, ich hab auch, ich hab auch, ich hab auch die ne... Da hinten war nicht, der andere? Ja, hinten. Chris, der könnte auf dem Camperspot da stehen. Ja. Da steht, ich bin so gut, ne? Ich bin so unfassbar gut. Ah! Leil, Alter! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ist das der Zwegert? Ganz ruhig, der Zwegert! Ganz ruhig, der Zwegert! Ranger! Nichts ist der Zwegert! Na, du Opfer, du Opfer auf dich hab ich gewartet! André, das kannst du nicht machen! Warum nicht? Es geht nicht! Versteh ich nicht! Kriegen Ärger! Von wem? Na, von... Weiß ich nicht, Mediakraft oder so? Mediakraft, die Ficker! Die alten Ficker von Mediakraft da! Weißt du, weißt du, meinen Job haben sie mir gekündigt! Weil irgend so ein Typ da, äh, ausgestiegen ist! Echt? Ja, ja! Klar! Das ist so komischer! Einer! Was? So, du tot! Einer weg! Ich hab übrigens den Sonn... Ich hab den Sonnengott getötet! Zwegert? Ne, doch nicht! Ich dachte, der Zwegert! Da ist noch einer! Ja, da war... Da ist noch einer hier! Hättest du ein bisschen schneller schießen können, Paul? Ja, ich hätt dir nen Headshot gegeben, deswegen musste ich warten, bis du tot bist! Na ja, komm! Das mach ich auch immer so, ich warte, bis andere Leute sterben! Wo du nie Kilo holen kannst, ne? Damit ich sie nicht selber umbringen brauch! Ja, ja, ich verstehe! Go Go Power! Der ist voll schlecht, man! Der hat mir keinen einzigen HP Schaden gemacht! Ey, der ist ein guter Typ! Der hat mich viel früher gesehen! Ich soll das nur, weil du gegen den verloren hast! Go Go Power Rangers! Find ich gut! Affirmative! Positiv! Positiv! HIV Positiv! Oh ne! Das einzig Positive in deinem Leben war auch der AIDS Test! Hat der mich! Du hast das eben grad gemacht! Ja, du hast angefangen! Okay, ich geh zum Fenster! Ja, was auch! Ey, lass mal auf Möbel schießen! Komm rein! Komm hoch! Du bist tot! Wer denn der Stuhl? Ja, da war der Stuhl! Ab oben selbst! Da ist auch nix! Oh, da steht ja einer! Bin ich bescheuert? Da rechts auf dem Pott steht einer! Da, Zweigart hab ich einen! Okay! Aber ganz am Ende noch einer! Guck mal, wie behindert ich bin! Ich denk mir so... Ich hab ihm noch gegeben! Hat der uns beide mit einem Schuss geholt? Nee, nee, das ist Quatsch! Achso! Hab mich gewundert, weil ich ne SG war! Oh Gott! Wie behindert! Das war richtig behindert! Hier, fress! Schade! Boah! 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 Leck mich doch! Boah! Hinter dir wär aber auch gewesen! Aber man hat richtig gesehen, dass bei deiner ersten Granate die Granate gegen die Luft gesprungen ist! Ja! Kann ich ein bisschen Scheiße! Ja! Richtig behindert! Ich hab schon wieder kein Geld, ey! Ach komm, hier! Chris! Ja! Komm, ich hab dir ne AUG gekauft! Ja geil! Wo bist du? Komm ran! Hier da! Komm, nimm! Soll die Scheiße! Ich hab's doch! Ja klar, Weihnachten! Komm! Alter! Ich hör auf jetzt mit der Scheiße! Ich will gewinnen! Ich hab nur seinen kleinen C angekratzt, ja? Alter, Herr Barrett! Was denn? Der Paul hat mir grad in den C geschossen! Ja! Der fliegt raus bei mir, der Kraft! Oha! Ja! Rainer! Los! Einfach mal Dauerfeuer reinschießen! Irgendwas treffen wir schon! Jo! Schaut euch einfach die Wand an! Irgendwas treffen wir schon! Er hat mich getroffen! Ihr habt noch 12 HP! Oh Mann, ey! Alter, was macht ihr denn? Hu! Feuer! Heiß! Ich brauch ne Aave! Ja, ich hab ne Aave! Jetzt! Die Runde! Nächste! Wie geht das eigentlich? Oh, zwei von uns sind gestorben! Ich kotze! Wir sollten das mit mehr Ernst nehmen! André! Was denn? André, du musst niedriger zielen mit der P9, wenn du Dauerfeuer machst! Oh, muss ich nicht! Hat auch nicht geklappt! So niedrig! Ungefähr auf Flusshöhe! Auch nicht so niedrig! Bist du behindert? Was? Wir sollten das mit mehr Ernst nehmen, Jungs! Immer noch! Ja, okay, ab jetzt! Ab jetzt? Okay, alle ernst! Was heißt wir? Auf den Sonnenkönig! Was? Ach, was kauf ich denn jetzt? Ach, ich kauf mal hier ne Tropical Storm! Was soll's! Daniel, läufst du mit mir? Jetzt haben wir ernsthaft beide ne AWP! Im Ernst? Zwei AWP und ne Scout? Das kann ja nix werden! Ne! Und jetzt weiter, jetzt sterben wir alle! Und dann ist unsere Eco einfach mal komplett im Eimer! Wer hat von ner Eco gesprochen? Oh, ich wurde geflasht! Wer hat die Flash-Bang geworfen? Ich! Keiner aus unserem Team! Ja, hier! Links! Links im Gang! Okay, warte! Ach komm! Ach, da im Gang! Ach, warte! Ja! Hab einen! Den Peter hast du umgehauen! Wow! Ich hab noch einen! Ich wurde von ner Granate getötet! Ich hab mir mal die AWP gesendet von dir! Ich hab den Typ überlogen! Kann mir einer gleich mal meine AWP mitbringen? Hab sie! Krieg ich die dann? Nein! André, da liegt noch ne AWP wahrscheinlich auf dem Boden! Oder ne, ist ne Pumpe! Okay, okay! Schreib mich nicht gleich an! Da liegt aber ne AWP! Mal hinten im Busch! Hinten im Busch! André! Töte das! Oh fuck! Komm André, hau ein Ace raus! Kann er gar nicht! Ach, was, der kriegt das hin! Der kommt von hinten bestimmt! Ja, rechts! Ne, ich glaub nicht! Doch! Man hat's gehört! Ja, ich hab die Schritte gehört! Ja, jetzt läuft er wieder links! Ähm! Er bewegt sich halt ein bisschen! Nimm AWP und Safe, sag ich nicht! Schwierig zu sagen! Schwierig zu sagen! Er hat ja ne Tropical Storm! Sollst die AWP gegen uns helfen! Sollst die AWP gegen uns helfen! André, lass ihn mal! Er ist konzentriert! Ja, er ist konzentriert! Na ja, ein großer Sprung! Soll der doch wieder ne SSG! Soll der doch ne SSG! Ich dachte, das war ne Scout! Ja, das ist ne Scout! Jetzt hast du ne AWP! Jetzt wird bitte nicht getötet! Okay! Oh, Rangers! Hätte ja klappen können! Hätte klappen können! Aber jetzt hier! Da, nimm die! Und jetzt mach was vernünftig, bitte! Ich muss ne ECO machen! Ich hab da jetzt ne AWP hingeworfen! Die nimmt die zur AWP! Oder hat... Hat wer ne Waffe für mich? Du nimmst jetzt diese scheiß AWP! Oder ne? Dems nimmt die! Okay! Nein! Jetzt hab ich gar keine Waffe! Okay, dann mach ich ECO! Ja, ECO rier doch mal ne Runde! Alter, ihr steht jetzt 5 5er wie hier rum albern, ne? Kinders, wir hatten die so im Griff! Ihr albert! Ich albern nicht! Ich mach ihr tot gern! Das ist aber ne Terra Map, ne? Oder hab ich mich dafür da angenommen? Ja, das ist Terra Map auf jeden Fall! Ja, dann... haben wir ja 5 Runden schon mal gut gemacht! Alter! Ein Schuss! Ja! Komm hier! Back up! Ich heil dich! Ja, das wär schön! Oh! Alter, sterb! Sterb! Ich will deine Maffe! Dann darf ich dir ins Bein schießen! Oh! Fick dich mit deiner verkackten Wichs-Drecks-AWP, Junge! Schock, no! Es ist so geil! Das Spiel kann doch so ein Go mit Defibrillator! Ja! Wuhuuu! Ey, das war... Ey, ich hab' den Zwieger durch die Wand gekillt! Ne, dann würdest du da stehen! Oh! Blockmilch-Nilch! Hä? Ne! Ja, das war ich! Ich hab' noch schießen! Uh! Ne! Lol! Ich hab' dir den Arsch gerettet, Jeremy! Den Arsch hab' ich dir gerettet! Jetzt hat er ihn auch noch! Schöner Schuss! Oh, den einen hab' ich noch! Wie geil ich bin! Leute, Leute! Bitte Konzentration! Der eine ist offes! Wie geil ich bin! Oh, Welt-Polution! Gott, wie ich mich feier! Hahahaha! Hahahaha! Abenbot ist real?! Hahahaha! Oh, your mommy ist real! Hahahaha! 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 Oh, oh! Ich hör' ihn! Ich seh' tote Menschen! Überein tote Menschen! 13 Sekunden, Alter! 13 Sekunden. Er muss jetzt raus. Er muss jetzt... Scheiße. Oder auch nicht. Safe mal lieber. So, wir gehen jetzt fischen, Kinders. So, ich hab mir jetzt eine Auge gekauft. Auge, Auge, Auge. Darf man das sagen? Ja. Schön. Aber ich fand schade, das hält sich auf meine Provokation drauf. Schade. Habt ihr gehört, Kinders? Wir gehen fischen. Ja. Schade mal angeln. Nein, das ist ein Fischen. Ich nenne das an. Geh mal runter, setz dich. Du mit deinen neumodischen Pupportären Scheißgelaber. Fenster sind hier kaputt. Aber hier ist niemand. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sehr gut. Das war Nummer eins. Schön weiter fischen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen was regeln. Wenn es... Alter, im Ernst. Was war das denn? Hast du gerade Jeremy getötet? Ja, weil ich auf ihn geschossen habe und er ist dann dahin gesprungen. Da habe ich ihn mal am Bein getroffen. Hab einen. Wie... 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 Wie mich... Kann ich gleich erstmal haten, ne? Was denn? Ja, er hat gesagt, wenn ich noch zwei Leute kille, werde ich ausgeschlossen vom Spiel. Mh. Nein! Ich habe ihn nicht gesehen. Oh, Leute. Ah, Autosniper. Was soll man da machen, ey? Ja. Ganz links. Hab ihn eben schon mal getroffen, Alter. Yellow Power Ranger. So. Noch mal fischen? So. Ja, wir müssen fischen. Wir müssen irgendwie... da durch. Vielleicht sollten wir einfach mal alle zusammen mit einer... ein Dings reinrennen und die Geiseln einfach mal retten. Ja, einfach so rushen. Also mal ganz recht. Ich hab noch ne Plant-Granate. Ne Plant-Granate. Und dann rein rushen. Ja. Achtung, die schießen durch den Rauch. Haben ja schon 25 HP abgezogen. Hab noch 30 HP. Läuft bei mir. Ja, gib mir direkt Headshot. Sieg mich nicht, man gibt mir Headshot. Is down. Linker Gang noch zwei Stück. Drei. André, da liegt ne AUG. Bei Chris. Das kann doch nicht sein. Wie blind bin ich denn? Was ist denn los heute? André, fack die Igel weg. Der Igel ist kacke. Komm durch raus. Ja, der kennt man geilste Kauter-Strike-Source-Zeiten, finde ich, wenn jemand die Stil auspackt. Ja, damals war so noch gut. Damals war es richtig geil, ja. Ja, die Igel ist echt scheiße geworden. Ich fühl aber alles besser. Das Weger da halt, Abschneider. Danke, dass du es erzählt hast. Du aimbot schreib da. Bin ich eigentlich der einzige, der noch lebt? Ja. Vielleicht solltest du einfach saven. Oh, da war eine. Ficker! Wieder der Zwegert! Der Zwegert? Der holt sich einfach mal eine andere Waffe, stellt sich mal anders hin und schießt. Alter, macht uns der Zwegert nackt. So Leute, weißt du was? Wir gewinnen jetzt mal, okay? Lass mal gewinnen, ey. Oh. So, wir gewinnen jetzt. Habe ich irgendwie geschrieben? Damit sie auch Bescheid wissen. Warum kaufe ich eigentlich nichts mit 8000 Dollar? Kann mir das mal einer erzählen? Weiß ich noch nicht. Hab schon ein bisschen angehittet, den Hintersten, der gespottet ist. Ja. Ja. Ja, natürlich hat der eine AWP. Also, er kann nicht wissen, dass ich komme und töte mich mit dem rechtlichen AWP. Also hat der eine AWP da hinten, ja? Ja. Ja, der... Andre, der steht da rechts und da. Bei den Geiseln. Jetzt nicht mehr. Oh, tot. Boah, ich dachte, der hätte... Ich habe mit 2 AWP gerade eine Granate überlebt. Krass. Habe ich ihn gehittet? 36 nur. Hm. Go, go, Power Rangers. Oder auch nicht. Beide haben eine AWP da jetzt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Hat der ja nicht immer noch eine AWP gehabt letzte Runde? Nö. Der hat nur eine Autosniper. Ach ja, der wächst aber. Das genau. So, jetzt wird's, äh... Ach, so ein Mongo. Junge. Das passt voll zum Mongo. Hm. Rot ist tot. Uh, war einer. Links. Links. Nein! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! So ne Scheiße! Pfff... 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 Ficker. So, kauft alles raus, ne? Alles hier, Attacke? Ach ja, letzte Runde, ne? Letzte Runde. Letzte Runde. Na, Leute. Muss doch nicht sein. Na komm, wir sind gleich Terror, dann regeln wir. Echt mal... Müssen ja nur... Elf Spiele gewinnen. Das war schon mal Nummer 1. Ja, da ist eine AWP, da renne ich nicht rein. Kannste vergessen. Könste einen anderen Depp suchen. Ha! Da ist der scheiß AWP-Typ blauen. Ach, natürlich, älter. Brennleiche brennen! Der hat Peter Zweigert getötet. Ja, der hat mich und ihn erschossen. Komm rein da! Sind nur noch zwei. Wir sind nur noch zwei. Gib ihm! Wir sind beschäftigt da im Mittelgang. So. Gib ihm jetzt die Geisel. Gib ihm! Sehr gut! Good Job, meine Freunde! Jetzt müssen wir nur noch zehnmal gewinnen haben, aber gewonnen! Ihr müsst K-drücken und die Leute anrutschreien. Das macht doch Spaß! Wo? Nein, die Runde geht noch kurz. Mama, hör auf! Bitte! Bitte! Ich hoffe, er hat's noch gehört. Ich denke ja. So! Ich geh in die Küche! Ich mach das Mittagessen! Ich mach, äh, ich mach auch, äh, weiß ich nicht, Konferenzraum Richtung Küche da so. Das macht ja alle irgendwie, ne? Hm. Dann geh ich hier halt hin. Ist jetzt auch im Kühlschrank. Oh! Oh! Ach, Chrissy. Ja, langer Gang, ist das was? Ich hab irgendwie einen angeschossen von uns. Ja, langer Gang sind drei Stück. Langer Gang? Ja. Lange stehen, André. Ich hab ihn getötet, aber danke, lieb von dir. Ja, ich hab ihn mit der Küche angehettet. Ich hab noch den AP, ich geh nach Hause. Zwei Stück. Ja, ich kann jetzt, ich hab's mal getroffen, mal so nebenbei. Ich weiß. Noch einer, Jeremy. Er hört dich doch gar nicht. Nicht? Noch einer! Alter, warum sterben wir dann alle gerade? Ich bin tot, der gibt mir direkt Headshot, Alter, das kann nicht sein Ernst sein. Die kommen alle durch Kitschen. Da waren. Da war er. Hast'n gesehen? Ist das der letzte? Nein, es ist noch zwei. Ach, das ist so hin. Das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht, Alter. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ja. So ist auch. Noch einer Pistolenrunde. Sneak und so, meinte, meinte Jeremy. Ja, ja. Ja, ja. Sneaken dann jeder. Sneaken. Warum wirst du denn da nicht smoke'n? Das behindert nur uns. Was? Ich hab' sie halt ein bisschen kurz geworfen. Ja, ja, ja. Ja. Du verstehst mich so in der Maschine. Du verstehst mich. Alter, ich denke du safest da, warum läufst du durch die Gegend? Ist der drin? Oh Mann. Ja, der ist durch. Ich hab' mir Dreck gegeben, Alter. Noch ein Film. Alter, keiner langer gegangen. Was? Mann. Darf man sich mal aufregen, oder? Ja, darf man sich. Nur, dass mein Nachbar mich alle... Beritz hat sechs Fenster zerstellt. Ich bin so ein geiler Typ, ne? Ohne Spaß. Ich habe sechs Fenster zerstellt. Ein armen Nachbarn. Nee, tu mir grad ein bisschen leid. Komm, wir rushen die jetzt nieder, ey. Nee, jetzt hab' ich Waffen. Ich hab' keine Waffe. Ich hab' keine Waffe. Nee, hab' keine Waffe drauf. Nee, hab' keine Waffe drauf. Komm, hier, Ködergranate. Gib' ihn. Ach ja, Granaten. Guck mal, ich kann mir das leisten. Nee, schade. Hallo. Wie? So. So, Number One is down. Jetzt fassen wir da rein, ey, komm. Es gibt's nicht, ne? Er kommt schießen, dumme Echo. Gib mir den Kopf. Komm, gib ihm. Er kommt in die Küche. Hast du, Paul? Ja, er ist durch. Er hat mich wohl. Ich mach' mir da jetzt gar nix draus. Er hat mich alles. Was war das denn? So langsam nervt mich das Spiel, Jungs. Ja, jetzt hab' ich ne AK, jetzt wird das. Chris, ist das jetzt denn, ey. Was denn? Bitte? Schau dir mal die Punkte an. Ja, läuft doch voll. Eigentlich, ähm. Silber 4 Typ ist besser als du. Schämst du dich eigentlich nicht? Ja, du, ne. Ich weiß auch nicht, was was los ist. Ich hab' acht Stunden gearbeitet, vielleicht nichts daran. Ja. Ja, schiefst halt auf die Arbeit. Ja. Ah! Kann die Granate vor meinem Gesicht exonieren? Ich kann nix mehr sehen, Barrett! Ich kann nix mehr sehen! Also, ich würde mal sagen, ich brauch' mehr Hilfe im langen Gang. Warum hast du mich denn angeschossen, André? Weil ich mich erschrocken habe. Scheiße. So, alle weggeholt da, Spinner. Einen hab' ich auch nicht. Das sind die alten Spinner hier! Das ist voll die Spinnerbande! Ja. Deswegen sind die auch nicht in der EU! Weil sie am Leben vorbei laufen! Ich möchte unbedingt diese Szene jetzt in der Aufnahme sehen, was eben gerade passiert ist. Wieso? Ja. Wenn ich zu dir gerannt bin, vor allem. Vor meinen Augen ist die Granate explodiert, dann wollte ich halt so tun, als würde ich dich nicht mehr sehen. Rennen zu dir und du schießt mir erst meinen Kopf. Das war halt empfängstig. Flaschbang! Gar nicht mehr, Tag! Grenade! Ah, okay. Throwing a Flaschbang! Flaschbang! Gut gemacht, André! Okay. Ja, aber der nächste kam sofort um die Ecke. Was soll der Scheiß? Okay, zwei sind tot! Jetzt macht ihr keine Nass! Ich bin der Schmauch! Guck mal, der Kinder... Nee, guck mal, der Kritz zu! Ach, der Kritz hier wieder! Guck dir das an, ey! Ja, gut gemacht, Kritzi! Danke! Hast du ja richtig gut gesehen, ey! Bist ja voll der Typ! Ich hab voll den Daniel gerettet, der wenn wir uns jetzt trocken... Oh, von hinten, Leute! Was macht der denn da? Von hinten! Wo ist das Kommando, Paul? Wenn da einer durch, dann bist du ein Scheißer. Langer Gang ist er. Langer Gang ist er. Ja, komm hier! Yes! 8 zu 12! Schaff' ma' noch! Kauf dir das Skill! Mann! Du Opfer, hast du vergessen zu schreiben. Scheiße, ich wollte keine Köder gern, halt! Ich wollte einen Molotow! Mann! Wollte doch sehr überbewertet! Agro-Kid, Alter! Ghetto-Slang! Es ist sich über Smoke, ne? Werfen wir jetzt zwei hin! Sie über Smoke! Und der König sagt, und du dir manieren! Hashtag YouTube! Okay! Ja, geht irgendwie! Das ist nicht sein Ernst, Alter! Zwei kommen durch! Küche! Wie, können wir denn blind was sehen? Das freu ich nicht, ne? Habe noch 80 in 3 gegeben! Ey, das gibt's doch nicht, ey! Zwei in Office, zwei in Kitchen, einer geht wieder überschaut weg! Chris, eigentlich hab ich gesagt, einer geht wieder überschaut weg! Äh! Äh! Kooperation, mein Freund! Kooperation! Da! Long way! Da, guck, hätt's ein Collateral raushauen können! Komm, ich will noch Erster werden! Ich bleib auf meinem letzten Platz, da gefällt's mir! Let's go! Ich rush jetzt! Flashbang! Oh! Oh! Das bist ja du! Hab dich schon wieder angeschossen! Ne! Oh, ich war sogar zum blöd mal nach einer der Leute zu dürfen! Warum bin ich jetzt hier wieder alleine? Alter, warum killt mich der Peter Zwieger denn schon wieder mit der Pumpe? Langsam macht das keinen Spaß mehr! Das ist echt so! Das ist ja nüt! Schön gemacht! Ja, mit der Waffe kennt er sich aus, so als Battlefield-Spieler! Du spielst Battlefield? Na klar! Kann dir mal bitte einer kicken? Warum? Wer sei COD? Oh, jetzt erst recht! Ne, jetzt erst recht bleibt da drin! Hä? Nein! Doch! Ich find Battlefield schlimmer als COD! Never! Battlefield ist das zehnmal besseres Spiel! Das stimmt allerdings! Von der Grafik her auf jeden Fall aber sonst! Ne, von allem eigentlich! Ja, von der Engine auch! So, ich mach mal ne Geco! Von den Maps möglicherweise auch! Also, eigentlich kann man sie auch nicht vergleichen! Und vom Titel eigentlich auch! Hallo, Call of Duty! Hört sich halt scheiße an! Ja, ruft der Pflicht! Voll die Assassine! Ich messe sie alle! Wie geht das denn? Das hab ich mich bei denen auch schon ein paar Mal gefragt! Er ist ein Zauberer! Camouflage Level 100! Naja! Wampff! Der Typ cheatet doch ohne Scheiß, Alter! Ja, Alter! Ohne Witz! Der hat mich gerade auf... Der hat mich gerade auf 300... Yes! Yes! Du Ficker! Oh! Das war's mir wert! Er schießt ihn doch! Ja! Alter, wieder weggeflogen! Nein! 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 Was ist hier los? Meine Damen und Herren! Sie sehen etwas? Ich hoffe du bist auf ne Aufnahme jetzt! Ja! Grüß du teils! Gut! Ja! Nein! Nein! Ja! Nein! Nein! Ab zu 15! Wir haben verloren! Aber es war irre witzig! Oh ja, es war's! Der war voll überfordert, als ich mit nem Messer ankam! Ich hab ne abgesegte Schrot für dich gekauft! Aus Prinzip jetzt! Aus Prinzip! Okay, ich mach mit! Und ne Granate! Und ne Granate! Und ne Molotov! Und ne Ködergranate! Deine Mama! Hab ich getroffen? Ja! Ja! Christoph! Oh nein! Sie ist zurückgekommen! Oh, ich bin verbrannt! Das ging mir irgendwie zu schnell! Mist! Ich bin verbrannt! Ich bin verbrannt! Niemand verbrennt! Doch, ich bin verbrannt! Mir war kalt! Ja, die haben noch irgendwas an, Alter! Ich hab den voll geblendet und er zieht mir bis auf 10... Ja, ist echt! So hab ich gesehen! 10 HP runter! Ja! Ops! Er konnte nicht wissen, dass du kommst und gibt dir einfach diese! Oh fuck! Das war ihm halt einfach egal! Der zieht durch! Ha! Ich hab ne ganz mal Huntsman Kiste gekriegt! Ihr Ficker! Ich hab gar nichts gekriegt! Und ihr habt so schöne Waffen gekriegt! Und ich krieg so ne Kackkiste! Oh, ich hab schon wieder ne Loops! Ich hab wahrscheinlich ja wieder verkaufen! Ach komm! Ludwig! Ach Ludwig! Ach! Der Ranger! 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 Ja, das ist ein schöner Abschlusssatz. Absolut. Du bist drei Cent wert, geh nach Hause und schreib keine Kommentare. So. Tschüss. Hau rein.